Dämmprofi Viele deutsche Dachböden und oberste Geschossdecken sind ungenügend gedämmt. Für die Bewohner bedeutet das unerträglich heiße Räume im Sommer, hohe Wärmeverluste im Winter und erhebliche Heizkosten. Das ist ein Fall für den Dämmprofi. Mit dem Hufer-Dämmraum-Element erstellt er hier in kurzer Zeit einen hochwärmegedämmten, belastbaren und kostengünstigen Boden. Erster Vorteil Die schnelle Montage spart Zeit und Kosten. Die Elemente sind mit Standardwerkzeug einfach zu bearbeiten und die Lagerhölzer sind bereits in das System integriert. Zweiter Vorteil Die leichten und stabilen Träger können bequem von einer Person vertragen und montiert werden. Der Lagerplatz auf der Baustelle ist gering und der Transport geht schnell. Dabei sind die Tragfähigkeiten der Dämmraum-Elemente natürlich berechnet und zertifiziert. Dritter Vorteil Durch die Holzfaser-Dämmstreifen wird ein wärmebrückenfreier Aufbau garantiert. Vierter Vorteil Die OSB-Platte ist fix verlegt. Der Boden sofort wieder begehbar. Natürlich können auch Rauschbunddielen oder andere Bodenbeläge verlegt werden. Fünfter Vorteil Isoflock wird anschließend in die geschlossenen Fache fest und dicht eingeblasen. Der pneumatische Transport reduziert die Montagezeit, senkt die Kosten und dämmt perfekt. Mit dem Hufer Dämmraum-Elementen sind in kurzer Zeit tragfähige und optimal gedämmte Böden zu realisieren. Preiswert, fix und ökologisch empfehlenswert. Auf den nächsten Flusszern.